Ja meine Freunde und da bin ich auch schon wieder willkommen bei einer nächsten neuen Folge Call of Duty Advanced Warfare. Ich war ja beim letzten Mal damit beschäftigt mich die ganze Zeit erwischen zu lassen. Ich glaube aber diesmal schaffe ich es. Also ich darf die Drohne nicht angreifen, die da oben war. Also hoch und hinlegen. Mikro EMP bereit machen? Ach hier meint er. Okay dann setze ich mich da mal hin. So. Das Sicherheitssystem wird vor wenige Minuten ausfallen. Also keine Zeit vertrete. Mal sehen ob der Abdruck sein freies Schwert war. Lade Abdrücke in den Anzug. Bin drin. Okay. Ich kann ihre Kameras steuern. Gut gemacht. Raus da. Die Drohnen sind wieder online. Bekomme ich denn wieder raus? Zurück aufs Dach. Beeilung Mitchell. Ja 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 ja. Bin oben. Komm weg. Wir haben uns eingeklinkt. Sehr gut. Mitchell wir treffen uns vor ein ins Arbeitszimmer. Ilona du übernimmst. Verstanden. Mitchell geh nach vorne. Bleib im Schatten. Jawoll. Ich schleiche durchs Dach. Übers Dach. Oh je. Das sieht nach sehr vielen Drohnen aus. Ich gucke jetzt mal hier ein bisschen rum. Vielleicht. Wow. Vielleicht entdecke ich hier noch den ein oder anderen. Okay. Ich höre auf jeden Fall mal keine Schritte. Da ist einer. Den muss ich gleich markieren. Da ist eine Drohne. Da ist eine Drohne. Ja ich weiß es doch. Da läuft auch einer. Oh. Oh. Okay. Okay Mitchell. Es wird nicht leicht nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Markier mal da. Oh scheiße. Boah. Okay mehrere Drohnen hier. Da läuft noch einer rum. Das sind Zivilisten. Das ist auch noch ein Soldat. Ich habe also mehrere Möglichkeiten. Sagt sie. Puh. Sie schicken Drohnen. Ziel unter dir. Ziel unter mir. Ach höre drauf. Hau ab. Oh. Okay. Das ging wieder mal daneben. Mann, 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 Mann. Ach. Verdammt. Okay Mitchell. Es wird nicht leicht nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Nein, ich habe reichlich Zeit. John bereitet sich auf ein Meeting heute Abend vor. Aha. Ich weiß. Ja, genau. Ja. Es ist irgendetwas seltsames im Gange. Aber John spricht nicht. Vorsicht. Nicht die Drohnen alarmieren. Ja, ja. Ich weiß doch. Wer ist denn John? Ist das... Weiß dein Mann, dass du solche Gedanken hast? Ach, Jonathan Irons wahrscheinlich. Johnny? Nein, er macht keine Probleme. Außerdem wird er morgen weg sein. Aha. Ja, genau. Ich weiß. Komm mal her. Okay. Schon mal einer weniger. Den hat keiner gesehen, oder? Nein. Okay, da kommt einer. Komm her, mein Freund. So. Ja. Nein, das macht eine R ja. Er spielt Statue. Okay. Na, kommt. Put, 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 put. Meine Hühnerchen. So. Hat das jemand mitbekommen? Nein? Äh, okay. So. Ach, er steht immer noch. Cool. Finde ich gut. Hallo. Ich muss irgendwie zwischen den, zwischen den Drohnen durch. Jetzt am besten. So. Mann, das ist aber auch hier. Oh, da kommt einer. Komm her, mein Freund. Ey. Hallo. Ich bin eine hübsche Lady. Ey. Wie immer bei mir, oder? Ich schleiche aber auch hier auf dem Boden rum, ey. Boah. Sieht ihr den? Ach, komm. So weit, so gut, Mitchell. Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. Okay. Wow. 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 Ach, Mann. Sie sind alarmiert. Ah. Okay, ich gehe jetzt einfach mal. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Gormack trifft dich auf dem Balkon. Oh, Mann, oh. Ach, jetzt ist die blöde Wache alarmiert worden. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. So. Gormack trifft dich auf dem Balkon. Bring jetzt erstmal beherzt in die Büsche. So, da ist einer. So, da läuft einer. Das sind zwei Soldaten am Eingang. Ach, ich muss da hoch, oder was? Komm mal her, mein Freund. Hui. Sauberer Schuss. Keiner hat was bemerkt. Was für ein Schuss. Okay. Da fliegt also immer diese Drohne rum. Das ist jetzt natürlich prickel. Mitchell, du hast einen Fahrzeugalarm ausgelöst. Weg da. Alles gut, Mitchell. Komm her, mein Freund. So, das war Nummer zwei. Und den krieg ich auch noch. Komm schon. Na ja, wohl. Guter Schuss. So läuft das. So. Hau ja ab. Blöde. Wie komme ich denn jetzt am besten da hoch? So. Okay, ich bin drin. Auf jeden Fall mal. Du hast viele Leichen zurückgelassen, Mitchell. Mox, wir sind drin. Hast du eins gefunden? Ich habe viele Leichen zurückgelassen? Negativ. Nein. Da ist sein Schreibtisch. Also los. Ich habe irgendwie... ...die ganz blöde Befürchtung. Was muss ich da benutzen? Da ist sein Schreibtisch. Also los. Ja, ich bin doch dabei, Mann. Was willst du von mir? Hab was gefunden. Nox, wir haben die Tagesordnung des Treffens. Es findet gleich im Hangar statt. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nicht sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Verdammt. Nox, wir haben ein Problem. Wir sind aus dem System rausgeflogen. Ich sehe es. Sie sind in Alarmbereitschaft. Patrouillen kommen schon. Du musst da sofort weg. Da kommt ein Konvoi. Nordwestlicher Eingang in etwa 30 Sekunden. Mitchell, los. Wir dürfen den Konvoi nicht verpassen. Sicherheitsverletzung. Alle Ausgänge sicher. Das ist unsere Mitfahrgelegenheit zum Hangar. Der macht aber auch nichts, Mann. Wuhu. Da ist der Konvoi. Nox, wir müssen in Position. Kling dich in den Funk ein und halt den Konvoi auf. Roger. Mitchell. Mir nach. Warte auf mein Zeichen. Oh, wie? Ich habe nicht auf Kormax-Zeichen gewartet. So, ihr Lieben. Da bin ich wieder. Ich warte immer noch auf Kormax-Zeichen. Jetzt, da ist es, da ist das Zeichen. Ja, ich habe Dr. Bellamy dabei. Er will zu Mr. Ions. Einen Moment. In Position, Nox. Okay, fahren Sie. Mr. Ions erwartet Sie. Einen angenehm Abend. Okay, guys. Nox, überprüfe das schon dabei. Bellamy ist ein alias von Dr. Pierre Danois. KVA, Doktor? Ilona. Versauert er nicht in einer Atlas-Zelle? Das dachte ich. Ich will wissen, was Danois hier zu suchen hat. Verstanden. Es gab eine Sicherheitsfälle. Was? Was ist los? Mr. Ions ist hier entlang. Wir haben unsere Fehler. Okay. Zu mir. Wo ist er denn hin? Ach, da oben. Okay, Nox. Ich öffne den Kanal. Bestätigt. Bin auf Empfang. Los. So. Ah, ich filme also das Treffen. Wenn die Eindringlinge den Inhalt dieses Containers entdecken, haben wir ein großes Problem. Guckt ihr, wir eilen uns ja schon. Monty Koch ist thermisch instabil und äußerst pflichtig. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist drüber. Wenn ihre Säge durch zufriediges Freisitzen scheitern, habe ich mein Versprechen nicht erfüllt. Keine Sorge, Danois. Ihr Geld liegt schon auf der Seite. Okay. Das sieht... Nach... ...irgendem Giftgas aus oder so. Ach scheiße. Was ist das denn jetzt? Warte auf mich! Warte! Warte! Oh Mann, oh! Oh Scheiße! Was ist denn das? Alter! Was geht hier ab? Komm schon! Oh, ich hänge dran! Alter Schwede! Das war aber knapp. Nein! Ich will nicht! Mann, Mann, Mann. Was tut der mir an, ey? Wir haben sie, Kingpin! Okay, bringt sie nach Hause! Gut gemacht, Team! Finden wir raus, wohin das Flugzeug will! Schwimm ich gerade alleine? Ja. Junge, Junge, Junge. Das war ja... Das war ja... Nervenaufreibend, würde ich mal sagen. Huh. Ja. Ähm. Das war jetzt wieder eine recht kurze Folge. Aber... Die nächste dann wieder ganz normal. Bis dahin. Macht's gut! Euer Los Muertos. Ciao, ciao!